Die Portefoy wird euch präsentiert von der BEKB, der Bank mit den verständlichen Anlagelösungen. Grüß euch miteinander und willkommen zu einem weiteren Talk von unserer SRI Jahresrückblick 2014. Sie ist 1974 hier in Beil geboren. Seit 2003 ist sie Geschäftsführerin und Inhaberin der Firma «Business for you». Und sie ist die Gründerin und Co-Präsidentin des Entrepreneursforum «Seeland». Seit 2013 ist sie im Vorstand der Wirtschaftskammer «Beil Seeland» und seit 2014, also nicht lang gegangen, ist sie schon die Präsidentin der Vibs. Sie ist Andrea Roche. Guten Abend und schön, dass ihr hier bei uns seid. Guten Abend. Welche Zeit ist die stressigste für euch im Jahr? Die fällt jetzt gerade an. Von Januar bis Mai ist es bei uns ein bisschen «High Season». Das ist auch dann, wo die Firmen sagen, wir wollen unser Marketingjahr planen, wollen umsetzen. Und das läuft bei uns immer relativ viel. Okay, da fällt es wirklich gerade steil an in diesem Fall. Schauen wir kurz zurück auf das 2014. Was für eine Note würdet ihr euch im persönlichen Jahr geben? Schulnote 1 bis 6. Ich glaube, ich würde diesem Jahr etwa ein gutes Fünfe geben, ein gutes Fünfe. Das ist ein gutes. Warum so hoch? Es gab verschiedene Highlights drin, die mich natürlich persönlich sehr gefreut haben. Unter anderem im Mai, als ich zur Präsidentin der Wirtschaftskammerin gewählt wurde. Ich bin wirklich ein Herzblut-Seeländer, identifiziere ich mit dieser Region. Und das ist schön, wenn man mit so einem Amt oder durch so einem Amt etwas für die Region auch machen darf. Welche Ziele habt ihr erreicht? Wo könnt ihr das Häkli setzen? Wenn ich zurück schaue in Bezug auf die Wirtschaftskammerin, dann ist es natürlich so, wir haben eine neue Präsidentin, wir haben einen neuen Geschäftsführer. Der ist darum gegangen, dass wir wirklich Kontinuität hier wahren können, dass wir dort einen guten Übergang haben. Und ich bin sehr zufrieden mit der Nachfolge, die wir gefunden haben. Und wir sind Gilbert Hürsch, als neuer Geschäftsführer. Und das war für mich das wichtigste Ziel, das wir erreicht haben 2014. Andrea Rost, als Präsidentin der Vips, könnte mir sicher sagen, was eigentlich der Wirtschaftsstandort Bio-Seeland so ausmacht. Wir haben natürlich mit der Uhr- und der Präzisionsindustrie wirklich zwei Perlen in der Region. Für mich ist es immer wieder faszinierend, egal wo man sich auf der Welt bewegt, man begegnet unseren Uhrenmarken. Und das erfüllt dem natürlich auch mit Stolz. Aber gleichzeitig ist es natürlich auch so, wir sind hier eine ausgesprochene KMU-Landschaft. Rund 80% von allen Unternehmen haben sogar weniger als neun Mitarbeitende. Wir sind stark in der Kreativwirtschaft. Das ist natürlich auch wieder etwas, was mich persönlich sehr freut. Könnt ihr dort ein bisschen genau darauf eingehen, bei dieser Kreativwirtschaft? Wie erklärt ihr das? Für mich ist Bio die Kreativstadt schlicht hin. Bio ist eine Arbeiterstadt, die immer mehr müssen als alle anderen. Und ich bin davon überzeugt, wer immer mehr muss als alle anderen, muss kreativer sein. Und das ist das, was uns ausmacht. Und aus Kreativität entsteht schlussendlich auch die Innovationen. Das Aushängerschild von der Region ist Bio. Sage ich mal, wie zufrieden oder unzufrieden seid ihr mit der Vermarktung? Mit der Vermarktung, wie es die regionale Wirtschaft angeht, was für einen guten Job macht die Stadtmarketing Bio? Ich denke, das Stadtmarketing macht einen guten Job. Es ist auch etwas, was für uns als Wirtschaftskammer sehr wichtig ist. Dort ist es beispielsweise optimal, dass unser Stadtpräsident, Erich Fähr, selber die Stadt bei uns im Vorstand vertreten. Dafür haben wir einen sehr nahen Austausch und einen guten Austausch. Und allgemein sind wir natürlich davon überzeugt, dass wir alle noch viel stolzer könnten sein auf diese Region und das auch entsprechend positiv nach Hause tragen. Wir sind seit etwa elf Jahren Chefin von «Business for you» AG. Aber ich würde sagen, wenn man sich die Schweiz weit anschaut, sicher sind die obersten Jobs bei den Unternehmen halt einfach wirklich immer noch in Männerdomänen. Oder wie seht ihr das? Wie beobachtet ihr das so? Geht etwas? Kommen die Frauen jetzt wirklich langsam an die hohen Jobs? An die hohen Stellen, excuse. Da bin ich davon überzeugt, dass es so ist. Es braucht immer alles Zeit. Jeder Change braucht Zeit. Aber da sind wir ganz sicher auf einem guten und auf einem richtigen Weg. Also was kann denn ein männlicher CEO oder Chef eines Unternehmens von einer Frau an der Spitze eines Unternehmens eigentlich so ein bisschen abschauen oder lernen? Ich weiss nicht, ob das wirklich eine Frage ist von den Geschlechtern. Ich glaube viel mehr, dass es darum geht, dass wir so die alten schweizerischen Werte des Unternehmertums erleben. Ich denke, das ist das Wichtige. Vor allem denke ich, dass wir hier drei durchgehen müssen. Das ist, dass man wirklich verantwortungsbewusst ist, dass man nachhaltig arbeitet, dass langfristige Ziele viel wichtiger sind als kurzfristiger Profit. Dass man auch wirklich Risiken eingehen kann, keine Angst hat, mit einer Idee auch mal zu schütteln. Und dass man in sich die Möglichkeit hat, mit einer guten Idee bei den Mitarbeitern das Feuer zu entfachen. Dann ist das für euch in diesem Fall keine Geschlechterfrage in diesem Sinne? Eigentlich nicht. Also auch da ist die Diversity, die Unterschiedlichkeit und wenn man die Unternehmen richtig und gut fördert, bringt das eben auch wieder die Kreativität und bringt das Unternehmen weiter. Wir sind schon im Jahr 2015. Wenn wir jetzt auf das Ende des Jahres 2015 schauen, welche Ziel weiter unbedingt erreicht haben? Ich denke, ich möchte wirklich mit der VIPS diese Region fördern können. Wir möchten einen aktiven Beitrag dazu leisten, dass wir den Fachkräftemangel beispielsweise mit unserem Projekt Fokus Technik oder einem Projekt wie Explore It. Ich denke, das sind wichtige Ziele, die wir weiterhin verfolgen wollen. Und geschäftlich geht es darum, dass wir natürlich hier in der Region Arbeitsplätze schaffen wollen und auch eben in einem kreativen Umfeld hier einen Mehrwert erzielen. Nur mal ganz kurz das Entrepreneur Forum Seeland. Was für VIPS darf man erwarten für 2015? Wusstet ihr das schon etwas? Ja, da gibt es natürlich verschiedene, die dann wieder dieses Jahr erwähren werden. Am besten www.entrepreneurforum.ch oder auch das ganze Programm drauf. Okay. Merci vielmals. Das Interview wäre schon durch. Die Zeit ist durch. Ich wünsche euch alles Gute für das Jahr 2015 und bis bald wieder. Merci vielmals. Das wäre es gewesen von einem weiteren Talk. Aber es gibt in dieser Woche noch weitere. Bleibt dran. Portfoy ist Ihnen präsentiert worden von der BEKB, der Bank mit den verständlichen Anlagelösungen. The